Okay, machen wir das so. Gut, dann fang du einfach an. Da brauche ich mich in der Zeit um. Okay, Chat. Tobias, Team Timo. Dankeschön. Bin aber auch gerade so gebrochen. Das hat mich so zerstört gerade. Machen wir, Chat. Von unten nach oben dann hochziehen. Ich muss die nehmen, Chat. Ich muss die nehmen. Oh, nimmt man aber mit. Nimmt man aber mit. 17k Düsen auf sie, Mau. Bitte enttäuscht mich nicht. Ich muss halt leider die Scheißaufstellung hier nehmen. Ich glaube an dich. Oh, Abedi. Abedi Pelé. Nehme mal Safe mit rein. Der Hullideckel. Wichtiger. Aber 4231 ist eine Wundertüte. Müsst denn eigentlich den Kollege hier mitnehmen. Ja, mit rein da. 4231 Wundertüte, Chat. Hier, guckt euch das an. Guckt euch den Kack da an. Das wird eine ganz schwere Hausnummer. Boah. Was ist das denn? What is that denn, Alter? Wie er nicht sagt wegen Alter. Oh, sorry, Tommy. Sorry, Tommy. Ich habe nicht drauf geguckt. Da hat auch noch keiner was reingeschrieben. Tut mir leid. Mach, äh, Ding rein. Sorry. War nicht gewollt. Chat, aber was ist das denn? Ja, klasse. Guckt euch das an. Kunde immerhin. Aber da passt so nicht so viel zusammen. Ja, Quadrado. Haidara. Haidara. Passt aber auch nicht hier rein. Beides ein Ding der Unmöglichkeit. Kleiner Schlawiner und San Simao. Mensch, Tommy, ich habe gerade hier Probleme. Ich nehme auch mal Quaddel mit. Haidara wird unmöglich. Ah, perfekt. Neuer. Hm. Ich muss eigentlich Pickford hier schon mitnehmen, aber im besten Budget des Kindes ist, glaube ich, hier in der Brunne gefallen. 73 Chemie bei der 4-2-3-1. Bis auf einen Rüllet. Nur Schmutzkarten. Na ja, muss Amabi hier mitnehmen. Wow. Muss halt hoffen, dass die Mauer auch rutschen geht. Und die Server. Und die Server brauchen Jahre. Ah, der war aber wichtig hier, ne? Aber die Seite kriege ich halt auch nie wieder raus. Boah. Marcus Rashford. Geh hier rein, du junger Gott. Ah, wir haben Zeit, Schett, hier. So lange, wie das hier kreiselt. Ja, Marcus Rashford muss hier rein. Der muss schon da rein. Der muss schon hier rein. Und der Mann muss schon da rein. So muss das schon. Alice Sonne mit rein hier vielleicht. Der RV wäre halt auch wichtig. Und die Alice Sonne mit. Ob mir das nicht mal noch um die Ohren fliegt. Die Lane ist aber französische. Perfekt. Gibt mir halt aber hier Probleme, ne? Aber stellen wir mal rein. Komm, bitte gönn jetzt hier. Ja, perfekt. Den brauchen wir mal. Wir bräuchten halt IV-technisch noch was. Belastend, belastend, belastend. Bringt mir alles nix. Bringt mir alles nix. Ressus bringt mir Ressus was. Pepe bringt mir auch nix. Hm. Ressus bringt mir genauso wenig was. Kann ich auch ihn mitnehmen. Oh, Chat, das gibt Probleme. Chinesische. Das ist egal. Das ist egal. Naja, ist wirklich zum Haaren raufen hier, ne? Bringt mir alle nix. Kann ich den Besten mitnehmen. Boah. Perfekt, perfekt, perfekt. Aber das gibt halt kein guter Truft. Da fehlen mir die Karten dafür. Ja, perfekt, Chat. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Guckt euch das an. Ja, ihr Arschgeigen. Ihr Arschgeigen. Die wollen mich jetzt komplett brechen. Das war's, Chat. 190 viel zu scheiße. Brauche ich aber gar nicht lang rummachen. Es gibt eh keine 191 mehr. Kann ich vergessen. Selbst wenn ich mal rein hier aus Test nehme ich dann noch auf eine 91. Wahrscheinlich auch nicht. Nee. Hinten der Brunnen gefallen. Aua, aua, aua. 190er. Musst die 4-2-3-1 nehmen. 4-2-3-1. Hast du genommen? Musste ich ja nehmen. Achso, ja. 190. War zwei klein rullet als Kapitän, aber naja. Chat, habt ihr das Testspiel gesehen? Testspiel sagen halt richtig wenig. Das stimmt schon. Ich weiß noch, Stuttgart hat mal gegen Manchester City gewonnen im Testspiel und sind dann abgestiegen. Bitte, äh, Emote only, bitte. Silas hat halt wirklich Laune gemacht, Chat. Da hat er wirklich der, boah, wer standen? Wer standen aus? Ah, hier, äh, Gabriel Paulista. Dem hat er halt so Knoten die Beine gespielt. Ja, Jonas Schmidt, alles fit, mein Bester. Bei dir? Ach, man, Seedorf einpacken. Ach, man, die Natale einpacken. Aber sowas bei mir auch. Brüllet, Abedi und da ein Rutschgegange. Auch mal ein KDB einpacken. Na, Tobi, mach doch gerade rein in den Songwunsch. Du kannst doch auf die Playlist zugreifen. Und auf die Server warten. Sind die anderen beide eigentlich noch dabei? Gleich, Fallgeist? Müssen wir klären. Äh, gleich klären dann. Boah, der wird gut, ne? Songwunsch. Was ist denn jetzt passiert? Songwunsch. Böhmischer Traum. Ich fahre mich an, als Loch schieße. Weiß ich jetzt nicht, ob der sein muss jetzt. Songwunsch. Das merkt mich ein bisschen verrückt gerade. Fuck, ist das Boden los? Alter, war dann den ausgepackt und der geht auf 4 Minuten 34. Nein! Das hast du doch früher mal gehört, sowas, oder? Bist du so ein Stadtbläser? Ja, das langt ja aber. Digga, ich verliere alle 3 Icon Packs. Das tut mir so weh gerade. Auf G'schisse. Boah, stinkt in die Füße. Boah! Boah! Das ist nicht gut, dass du die Sahne gegessen hast. Ja, perfekt. Passt du sogar mal perfekt bei dir rein, da. Scheiße, Mann. Die Metallische denn auch ein bisschen lost da vorne rum, oder? Ja, irgendwie noch. Ja, leichte Laktoseintoleranz habe ich, Tommy. Digga, was kriegst du bei Karten? Boah, Digga, der stinkt aber halt wirklich auch von einem anderen Stern, ne? Ja, Simon Brunner kommt hier rein. Wie gesagt, den zweiten. Moin Jungs, danke für eure geilen Streams. Prime geht nach Grönstadt. Ehrenmannmeister. Dankeschön, Meister. Das ist böse, ja. Da reagiere ich manchmal ein bisschen komisch drauf, Tommy. Marvin, gute alte Blasmusik, bis auf dem achten. Oh, ich habe ein Bein nicht gesehen. Tone! Ah, du hast's. Scheiße. Ah ja, Volta hat mich ins Loch gestürmt. Zutage gibt's. Dafür Vollgeister-Code. Aber wie lange geht die Musik denn noch? Geht noch. Zwei Minuten. Was aber auch ein Rohrspatz, wer sich so ein Lied wünscht. Tommy, du kannst da übrigens aufmachen. Ja, hast du geschafft. Du kannst auch auscachen. Bär ist geschehen. Lauri, wie sagt ein zweites Lied? Das ist doch ein geiles Lied, sagt er. Ja, scheiße, Digga. Alles vorbereitet für das Dead Rival. Antritt, das ist ein Rivaldo. Nee, Kaka. Das ist Kaka. Rivaldo. Bruch. Trümmerbruch, Digga. Bruch. Sag ich euch, was es ist. Digga, Trümmerbruch. Ach, Gott, war das scheiße. Gott, war das scheiße. Was ist denn das? Gott, war das Schmutz. Was ist denn das? Gott, ist der Schmutz. Mach dein Monitor an. Was ist denn das? Vivaldo mit, ne? Ja. Ich meine, Zidane war geil, ne? Brauch mal nicht drüber reden. Zidane ist geisteskrank. Das ist heftig, aber... Das ist ein Bruch. Das tut gerade ein bisschen weh, gell? Bis zum nächsten Mal.